ronaldo was mir ist rausgerutscht eine force der stinkt schlimmer als heute das spiel und früh sind wir in führung gegangen durch ein tor von mir aber dann hat deutschland uns vergewaltigt ganz ernst oder bin ja so war sein name glaube er hat mich mal gefragt nach mein trikot nach spiel ich habe gesagt verpiss dir ich kenne dich nichts verschwinde er war dann sowie wütend dass er uns heute vergewaltigt hat und ganz ernst wenn du willst ich kann ich kann dir geben zehn trikots nur lassen sich zumal in ruhe ok trotzdem habe ich heute geknackt ein rekord ich bin der beste coca cola fragen viele warum habe ich bei pressekonferenz weggeschoben die cola ich esse und trinke keine zucker wegen bodybuilding bin aber gerade so aggressiv gibt eine flasche